hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play arctic combat diesmal sind wir zu zweit und zwar mit dem toscola hallo genau und ja mc flippy hat heute abend leider keine zeit aber egal dann machen und ich bin schon mal fett drauf gegangen sagst du ohne mindestens ein mitzunehmen so ich lade erst gerade hier 50 prozent 85 da darfst du gar nicht nur aus steig zwei kräftige wissenschaften ist vor treu treu des bockert einsteig zettel ist frei bloß dass du keine sache sind zu stellen muss und dass du dir eine waffe aufnehmen muss okay sie sind möglich spielen oh gott weiß nicht mehr ins Messer-Duell mach mal oh gott was war denn bitte für eine Maussensibilität 2 8 Graz gut dass du es sagst muss ich mal eben auch unterstellen boah alter ja dem hat er einen gegeben doch ja voll mit dem Raketenwerfer ins Gesicht geil ja toll jetzt wollte ich ja mit meiner AKSU zocken ja wir können auch einen anderen Server nehmen ist mir egal ja ne nur ein bisschen ein bisschen warm spielen können wir uns hier ja noch Nummer eins weg du ich bin nicht immer lang oh komm ich würde für nicht dass man auch keine Granaten hat das stört mich echt jawoll mein erster Kill auch schon einen ich hab auch schon einen erzählt jawoll Headshot oh gott Junge ey ach dich halt auch weg ruhig ach jetzt muss ich jetzt müssen wir ja warten bis alle downed sind ja deswegen sollten wir lieber einen anderen zu holen können aber egal jetzt bin wir eben noch zu Ende sind ja noch diese paar Röntgen hier genau ja Leute guckt euch den Typen an der macht hier alle Platten in seiner verkackten Drago noch oh Gott time is almost up time is almost up oh ne M4-1 hat es jetzt genommen oh ob das gut gehen wird meinst du das wir gut gehen ähm schwer zu sagen ich glaube ja er wird's machen er hat noch 100 HP ja mal will ein leichter er verkaufen neid neid da macht der andere nicht mit Prozent los zur Linie da und umso Prozent Schlafwagen Fußball gehört Prozent und wecken mich für die Runde zu Ende ist sie noch 13 Sekunden Prozent 9 sieben Beutz knallt ihn doch einfach ab da so was schnapp ich mir jetzt denn ich will die empfiehlt nachdem ist hier war der Komponente heiße ich bin ja hier kommt er gibt mir was er liegt auch die und er hat er hat wir sind er hat sich ja die die Uzi ist irgendwie auch kacke aber die Uzi ist auch an sich richtig gut jetzt bin ich der Sniper Pro ich snack mir einfach einen weg hier und dann schnapp ich mir die Waffe und alles ist totti ich habe mich jetzt die Skar genommen so wie hier jetzt habe ich hier und was auch alles ist das mp5 wo ja ich sehe aber was sie gar nicht Christine Christine noch auf das ist einfach auch das ist nicht so war ein Wunder er hat einfach die Patronen durchrauschen lassen hier die finden ihren Weg der Autorien das hast du auf jeden Fall klar jetzt die mp5 nehmen sie dir schnell wo bist du denn da sehr nice danke ich bin wieder Sniper Pro ich bin total der Kacknung nein ich hab verschossen von wo kommen die denn zuerst was der war drauf Bäm Nummer 1 was geht da ab AAAAAAAAHHHHH er hat mich nein voll reingerannt aber ich habe einen noch weggesnipert einen habe ich noch gekriegt guck mal was ich sagen kann hallo kann ich sagen egal schein funktioniert das nicht weil mit X kannst du solche Comments aufrufen links an der Seite okay und dann kannst du mir die Zahlen eigentlich was sagen du bist entweder streiken gerade meine Zahlen in der Tastatur oder dass wir gerade nicht funktionieren ich glaube mir wie der Sniper komm her meine 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 hier hast du die mp5 Mann jetzt hat er die genommen da komm her wir machen uns nicht bei dir jetzt hab ich die ja die lag da nämlich noch so wo gehen wir denn mal Junge epischer Köln warum wir haben Bäm Nummer 2 ey ich freue mich aber gerade auf was hinten mal gar was für Waffe okay Gegner es kommt hier ein und bei mir auf der Seite so welche was einer kommt jetzt über einer ist jetzt bei uns auf der Seite okay ich verreckt man du musst jetzt durch die Mitte kommen da da hat ihn nein er hat mich noch was was ein Arsch aber ich ich hab jetzt zwei Runden mit der Sniper gespielt und hab innerhalb einer Runde drei Stück weggeholt ja haben wir eine doch gar nicht so ein Sniper meine wer jetzt hier ja dann nehm ich hier auch mal Sniper Hammer nice pass auf das ist ein Einzelschuss ne keine Auto mhm alter der Zoom ist ja krass das ist ja richtig scheiße find doch gut alter also ich find das Ziel für den Rovin oh alter was das war meine eigentlich wurdest du schon weggehauen ne noch nicht ganz aber jetzt scheiße das war zu gucken da haben sie mir richtig einen mitgegeben dazu wieder Prostner aber oh ich bin jetzt noch weggeholt das wäre so üppisch gewesen alter wäre das üppisch gewesen oh der hätte ich der hätte mir so alter die so gelacht gelacht so 2 gegen 2 habe ich gehört da liegt man ist ein Nipper eine jetzt war das Nippa von der Gegner so komm mal es kann letzte Runde sein wenn ich jetzt den Arsch auf weiß wie kann man denn bitte bei so einer Spiel da hole ihn dir ja schön wie kann man bei so einem Spiel bitte ne rote Pinger haben also der ist grad geliebt aber kann man da mal jemand erzählen ausziehen und in die yes jetzt können wir nochmal einen anderen Spielmodus zeigen das wäre auch auf Zuschauer so habe ich hier was gewonnen na toll ich krieg mal wieder nix ja so raus hier ich hab ein Team Deathmatch gefunden die 453 ok geh mal rauf so ach Gott join schnell die 453 go 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 ich hab grad ne Einladung von irgendjemandem gekriegt und ich hab sie angenommen warum jetzt kann ich dir nicht followen das ist scheiße doch jetzt ich kann dir aber followen oh lol ja ne in welchem Team bist du denn egal drüben oh lol jetzt warte ja komm rüber ja wunderbar bam Alter sehr gut nein was ist das denn scheiße jetzt haben die das automatisch umgeswitcht wie scheiße ist das denn ok ja gut dann ja mich dich erstmal voll übern Haufen hier der Bleihagel kommt an nur so go go bist du schon fertig mit dem Laden ne 50% 60 locker schon durch hier 100 ich hab aber nicht so einen High-End-Rechner wie unser MC ne auf jeden ja was ist denn mit der Maus jetzt los hier und er ist okay meine Güte nur technische Probleme das ist ein Noob-Summer was das sind Noobs ja oh ja geil er hat mich nicht einmal getroffen ja ich hab oder wen hab ich hier grad ach dich hab ich weggehauen ja du hast mich weggehauen ich weiß Minimal bin ich geflasht Minimal Minimal Maverikid kommt zum roten Haus und snackt die weg ach Gott erstmal hier um die Ecke gucken lol ja wie ist der da daneben oh komm schon nein wieder derselbe äh Philippus nee das nicht mit dem wir spielen und sein MC Philippi erstmal hier ins Haus da kommen sie zu dritt hoch die feigen Kinder ey wie ranzig ist das denn boah du bist 1 zu 3 Mami so scheiße wer ich ja du 1 zu 3 oh Gott bin ich erbärmlich ja ja und jetzt jagen die hier schön die äh also ich kann es nicht oft genug erwähnen also also free to play ne steht auf bestimmter Videobeschreibung aber es gibt Leute die lesen das nicht durch also das Spiel ist free to play in Steam erhältlich dafür dass es free to play ist oh Gott das gibt es sehr unterhaltsam ihr könnt uns gerne adden also mich zumindest ich weiß nicht wie es um den Wicked steht ja ihr könnt es ja mal versuchen also mich könnt ihr gerne adden nein ich bin nicht like geil oder so falls ihr wieder irgendwo mal brauchen Granata auf jeden Fall können mich in dem Spiel gerne adden wir kommen mal zusammen zocken oh man ich will doch nur mal ein Kill hier ja damit wäre alles schon über dieses Spiel gesagt ja da hab ich kein Kill oh welches da kommt er wieder um die Ecke geschissen ey oh Artillerieschlag oder was ist jetzt angesagt aber nicht bei mir nee nisch bei dir ja das war was oh Gott okay sorry tut mir leid die Apple Technologie spackgedacht ja Apple 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 ist wieder so ein Produkt da kann man in die Tonne treten also kommt drauf an welches aber so go 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 oh oh da den hole ich mir noch Mann das gewinnt doch nicht ey ach du hast das ja die ist total overpowered die Waffe oh gibt's hier irgendwo Leben nein oh da hinten sitzt einer hoffentlich nicht mehr das Alter jetzt kommt dieses Spawn-Get-Trap wieder ey deswegen spiel ich eigentlich nie auf Servern wo Spawn-Type-Fixed steht weil ich hasse dieses Kollege Turnschuh Kollege Helm wenn da jetzt einer hochkommt was für ein Ding Enemy Chopper es kommt ein Heli von euch sehr gut finde ich nicht so lustig du hast Glück dass du so gute Teammates hast die doch mal mein Team an okay 5 zu 7 fuck ja ach Gott da war ich am Spawn das ist ja scheiße komm mal in dieses rote Haus wo du mich ganz oft getötet hast komm mal da rein 3-5 ne das ist ja ja 5 zu 7 5 zu 7 und 2 Sets komm mal in dieses rote Haus wo du mich immer gesnackt hast wieso bist du da wieder oder was ja klar Junge da kommt dieser Alter ich mag es jetzt nicht aussprechen dieser Jallack jetzt schon wieder angelaufen wenn ich jetzt irgendwas Schlimmes gesagt habe irgendeine Weltreligion beleidigt dann tut es mir sehr leid aber ich kann es gerade nicht hindern oh da sitzt gegenüber einer komm ich will ihn haben soll ich wegkommen komm 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 naja hat er nicht geschafft er war zu erbärmlich schlecht ja der Kumpel war auch gerade erbärmlich schlecht weißt er steht mit oh welche Waffe war das ich glaube mit einer M4 um die Ecke ballert mich ab und stirbt dann am Ende Gold nein das gibt's doch nicht ey der M24 mit seinem scheiß Sniperding nein also irgendwie ist die Map auch nicht so geil finde ich ich schieb das jetzt alles mal auf die Map nein ey warum staubst du mich wieder ab ey wieviel Schaden hast du gekriegt ich habe nur noch 4 HP ja das ist doch verdient ey ja Gott ey ich hab richtig einstecken müssen hier oh da liegt ein Health Pack da hinten ich renne hin nein ich bin geflasht und da bin ich ja das war meine übrigens ne also mal so am Rande erwähnt nein den hab ich nicht gesehen Gustavsson du stinkst nach Magie was war das denn ach gegnerischer Artillerieschlag oder ja das war auch unser ja das ist unser jetzt hab ich gar nicht drauf geachtet Junge Gruback ne du bist ja echt Zwieback wenn du zu weitermassen oh kill ihn doch ja Roback warst du nicht mehr gedacht Spast 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 Bäm und die nächste ja Takis Paul Oh nein Perfekt was du grad oben im Haus drin im roten ja wie ich hier einstecken muss ey das ist ja nicht mehr normal hier Dennis Bram mir jetzt sagen würde wie eine Französische Notte da läuft einer no da kommen sie zu dritt ey das nein ey ich bin gleich schon wieder tot das gibt's doch nicht ja 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 ich hab ihn noch Lollipop dieser Lollipop meinte ich hätte ach fuck wie werfe ich denn diese scheiß Granaten immer du musst aufpassen dass YouTube dein Video nicht sperrt ne wenn du die ganze Zeit die ja die Fikalwörter benutzt ach das ist einfach nur ein Ausdruck keine Ahnung genau so Roback hier komm her 1-1 verkackst der ok ich soll einfach raus rein hier oh von wo wird geschossen Alter ich hab noch 20 HP dieser Roback war das so n so n lauch ey mein Halfback ah ich hab ein Assist gekriegt however noch ein Halfback noch ein Halfback pick up 100 75 ok endlich mach ich mal wieder ein paar Kills hier was hab ich denn noch mal 14 14 ich bin neutral fuck yeah ich will nicht negativ sein lieber positiv waaas ja ok ich will jetzt kein Skeptiker sein jawoooll von ja nice fuck ich hab keine jetzt muss ich diese scheiß Uzi nehmen keine Muni mehr ja hast du mit mir vielleicht das jetzt anders ich nehm mal die AK-47 Gold ja fast ja ne goldene AK-47 Leute ihr habt keine Hobbys wow fuck die kommen schade ich hab dich nicht weggessen ah Mist ah ich hab schön aufgeholt 12 10 wunderbar Junge dieser fuck ah Leute habt ihr den Run gesehen das war gut das war perfekt so kann es weitergehen wenn sie geile Steps geben wollen dann müssen sie meine Mann gucken nein was Spaß ja mit 16 16 das war schlecht Lollipop Lollipop du sagst du mir ich hab nen Wallhack ne aber egal was wer sagt du hast nen Wallhack Lollipop mein ich hätte nen Wallhack hast du einen? weil ich nein weil ich über der Treppe stehne ihn nicht schüttelt habe und er meinte ich hätte nen Wallhack oh Gott wir haben mich weggeholt ja hast du Alter Lollipop du mit dem verkackten Chopper ich hol den jetzt runter ich geh den jetzt runter ich hab immer noch 200 Schuss 150 ich kann erst mal sterben gehen der Chopper so jetzt hab ich nur noch 50 Schuss mein letztes Magazin alter dieser Chopper will nicht sterben damit ah endlich wir kommen ihnen auch noch ja geil Fpack ich hier Tja wo Bug war hast du mit gerechnet? Lollipop hab ich den Siss bekommen ach an Gustavsson hab ich den Siss bekommen Alter wo kam der denn so schnell her alter Lucky Stuff weil du schluss man 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 aber da gehen wir mal wieder lang hier der Weg ist schön da können wir ein paar Kills abgreifen was ich mag die mehr Bau nicht vielleicht können wir wieder so ein kleines Battle machen wenn du Bock hast ach ja auf jeden Fall Frage ist noch welcher Web ne ja aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen müssen ja weil wir wollen euch ja ein bisschen auf Spannung halten Leute wir funktionieren ja nicht aus dem sind wir schon wieder hier 20 Minuten am Start sind wir schon auf jeden Fall das wird das wird alle unsere 4 enemy Chopper inbound sag nicht dieser Lollipop hat den wieder einen kotze ich ab ey Lollipop enemy alter jungen Lollipop ey der kämpft oben im roten Haus mit dem Raketenwerfer Leute Prozent wie sieht man hier aus 14 14 ich will den kill alter ja wegen verkackten Chopper wie 17 das war ja das ist ja auch meiner scheiße nein der Chopper wird Robach nein ich hab grad mit mir selbst geredet hier mit den Leuten mit deinen Zuschauern mit deinen Zuhörern auf jeden Fall mit den Heaton weil ich grad wild auf weil ich grad wild auf dem Team Kameraden geballert hab ähm ich dachte das wäre ein Gegner der sehr produktiv der seht ihr mal spielt nie mit dem Wicked zusammen der schießt auch nicht ab wenn ihr in seinem Team seid also der Wicked ist ein totaler aber naja hier gehts ja noch hier ist Friendly Fire ja auch nicht an das ist nie an nein bei diesem Spiel meine ich generell äh so endlich machst du unser Chopper ich bin kotzen könnte fuck dann sollte ich mal ins Haus rein ja solltest du nicht du brauchst doch was nur wegen deinem Team gewonnen halt na ja so gucken wo wo stehen wir denn hier oh 1415 nein ja guck du na ok du bist auch nicht besser ja mit 18 zu 27 vielleicht dann oh my god fuck yeah aber natürlich auch nichts gewonnen hier ja gut ja gut dann würde ich sagen ne one on one in der nächsten Folge ja habe ich gehört habe ich auch so gehört und an dieser Stelle ja liebe Zuschauer danke fürs zusehen und freut euch auf jeden Fall auf das Battle in der nächsten Folge bis dann und vergesst nicht liken abonnieren favorisieren und tschö mit Ö ne also auf jeden Fall tschö mit Ö voll geil naja gut Leute haut rein bis zum nächsten Mal tschö genau